So, meine Freunde, jetzt geht er weiter hier mit Castlevania und Delia Garten. Ja, die Mauern verfaulen, doch der Meister liet weiter. Okay, das hat nichts gebracht. Okay, ich dachte, das bringt was. Oh no, ist das... Du hast einen Besterian-Eintrag vorgeschalten. Okay, Mandragora. Als häufiger Zutat bei der Heuchelung von Zaubertränken sind Alraunwurzeln eine wichtige Ressource für Alchemisten und mag ja auf der ganzen Welt. Das Ernten von Alraunwurzeln ist jedoch eigentlich völlig zu unterfangen. Wenn man die Wurzel ausgrübscht, ist die Pflanze ein lauten Schraus, der jeden in ihrer Nähe tötet. In einem ausgewachsenen Zustand werden die Alraun zum Mandrogas. Das sind fühlende Wesen, die in der Nähe befindlichen Kreaturen, die Lebenskraft anziehen, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Ah, ich verstehe. Jetzt hat er jetzt die Wurzel. Ich schwitze. Okay. Aha. Ja, jetzt muss er... Natürlich überlegen... Wie wir jetzt am besten durch den Garten kommen. So weit kannst du nicht aus einer Kraft nicht springen. Na dann. Na dann. Wenn du das sagst, spiel, dann glaub ich dir das. Okay, das sieht besser danach aus, als ob... Sack. Okay, wir saugen mir die Energie aus, das ist so cool. Aber schwer sind sie nicht. Einfach nur lästig. Lala. Stirb. 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 Raus. Geh drauf. Also, da können wir schon mal hoch. Hier, was können wir hier? Ratschen. Sieg. Sieg. Und Sieg. Und Sieg. Und Sieg. Oh. Okay. Es ist ein Lebensstein. Oh, noch einer. Da wird die Leiste wieder länger. Nichts. Okay, der Eirgarten ist verwirrend. Nein. Stirb. Okay. Er ist ja wirklich verwirrend hier. Meine Fresse. Okay. Ich muss irgendwie auf die andere Seite der Gärten gelangen. Es muss doch einen Weg über die Hecken gehen. Ich habe nach Spuren im Schnee gesucht und ein verräterisches Zeichen für bewegliche Objekte. Wenn ich eine Sohle oder Statue finden würde, die ich in die Nähe der Hecke schieben könnte, dann würde ich es vielleicht auf die andere Seite schaffen. Ja, haben wir doch schon. Haben wir doch schon. So. Nein. Nein. So. Nee, nicht. Meine Fresse. Wieso das man macht, ne? War ein blauer Stoff. Ja, schön. Was ist denn los? Schau zum Wurzeln. Geh weg. Schau zum Wurzeln. Wurzeln. Okay. Wurzeln. Hau ab. Wir müssen auf Wurzelgemüse. Haha. Okay. Was ist denn so? Was geht denn hier los? Also, wenn die wieder hier. Hm. Ich verstehe. Okay, dann wollen wir mal. Zack. Und... Und... Oho, geht's jetzt lang? Schau. Ich sehe schon mal nichts. Und dafür... Oho, spinne. Oho, spinne. Zack. Stirb, spinne. Spinne. Aus. Okay. Ja, vergiftet. Fuck. Nein. Aufhören. Große hässliche Spinne heraufdacht. Oh. Okay. Das ist eklig. Okay. Und... Zack. Nicht schlecht, oder? Und das wäre Nummer 1. Weg Nummer 1. Aber es gibt ja noch mehrere Stellen, wo man mit der Spinne Wege machen kann. Dann krabbeln wir jetzt auch mal hin. Mit meinem langen Beinchen. Lack, 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 lack. Okay. Zack. Mach auf. So, hier sind wir hier. Die war ja auch irgendwo... ...ne Stelle. Wo war die? Äh... Wo war die? Ja. Gute Frage. Wo da stand, die können aus eigener Kraft nicht so weit springen? Dein wollte ich jetzt gerne. Dein wollte ich jetzt gerne.